Zusammenhalt macht stark. Es war einmal ein alter Bauer, der lebte in einem kleinen Dorf mit seinen vier Söhnen. Sehr hart arbeitete der alte Bauer, seine Söhne jedoch waren faul und egoistisch, jeder von ihnen war nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Und immerzu stritten sich die vier Brüder, sagte der eine links, dann schrie der andere rechts, und umgekehrt, nie waren sie sich einig. Wie sehr hoffte da der alte Bauer, dass die Streiterei mit den Jahren weniger werden würde, aber er hoffte umsonst. Seine Söhne zerstritten sich immer mehr. Da entschied der Bauer, ihnen eine Lektion zu erteilen. Eines Tages versammelte er alle um sich. In seinen Händen hielt er ein Reisigbündel, umwickelt mit einem Seil. Er reichte das Bündel seinem ältesten Sohn und sagte, versuch es zu brechen. Der älteste Sohn strengte sich mächtig an und drückte, zerrte und zog, aber es wollte ihm nicht gelingen. Dann sollten auch seine Brüder ihr Glück versuchen. Einer nach dem anderen gab sein Bestes, aber auch ihnen gelang es nicht, das Reisigbündel zu brechen. Der Bauer besah sich seine vier müden und abgekämpften Söhne eine Weile. Dann wies er einen an, das Seil vom Bündel zu lösen. Und nun sollte jeder der Söhne ein paar einzelne Stöcke brechen. Das taten sie mit Leichtigkeit. Seht ihr? Der alte Bauer deutete auf die zerbrochenen Zweige. Ihr vier seid wie diese Stöcke. Wenn ihr zusammenhaltet, dann wird euch keiner etwas anhaben können. Aber wenn ihr euch weiter entzweit, dann werdet ihr einer nach dem anderen gebrochen werden. Damit hatten die vier Brüder ihre Lektionen gelernt. Ab jetzt hielten sie fest zusammen und wurden die besten Freunde. Nichts konnte sie mehr entzweien. Kam da, was wolle. Ende